Es ist eine Surprise von unserem sehr verehrten Kollegen Johannes Moser, Weltklasse-Cellist, Professor an der HFFT seit 2012. Er ist derjenige, der die renommierte, europaweit renommierte, jahrzehntelange Cello-Tradition an der Kölner Musikhochschule fortführen wird. Wir freuen uns ganz besonders und fühlen uns auch geehrt, dass du, lieber Johannes, heute Abend hier bist und dir auch schon die letzten Tage Zeit genommen hast, um mit uns im Ensemble zu spielen und zu proben. Vielen Dank. Dieses Konzert ist eine Hommage an eine Cellistin, Professorin, Weltklasse-Künstlerin, aber es ist auch verbunden mit einem Geburtstagsgruß. Das war bis vor kurzem noch geheim. Zum Geburtstag, der vor kurzem am 14. November stattfand und gefeiert wurde. Es sind also eigentlich zwei Jubiläen. 31 Jahre Köln und, darf man das so sagen, 65 Jahre Maria Kliegel. Herzliche Glückwünsche, liebe Maria! 3 Jahre Köln und, darf man das so sagen, wir sind heute auf der Köln und geheim. Hallo Jungs, seid ihr soweit? Du kannst mich nicht so erschrecken. Was hast du denn? Ja, wir müssen jetzt das Video für Maria machen. Welches Video? Wisst ihr davon? Ja, sie hat doch Geburtstag. Sie wird 65. 65 ist das neu. Ja, ist schon Wahnsinn. Ja, habt ihr denn Ideen, was wir machen könnten? Naja... Okay, danke. Jungs, danke, es reicht. Danke. Ich glaube, in diesem Fall sagt Musik tatsächlich mehr als tausend Worte. Aber mit dem Konfetti finde ich... Ruhe jetzt! Okay. Spiel doch lieber. Und alle geht singen! Und alle geht singen! Liebe Maria! Wir drei wünschen dir zum Geburtstag alles Gute. und wir freuen uns sehr, mit dir zu feiern. Happy Birthday!